Musik Im Rathaus, genauer gesagt im Arkadenhofer, öffnet Stadträtin Frauenberger eine Ausstellung anlässlich der 16 Tage gegen Gewalt. Gewaltschutz und Gewaltprävention ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und Gewalt an Frauen ist an sich, und das ist es wichtig immer wiederum auch zu betonen, alles andere als ein Kavaliersdelikt. Die Ausstellung geht um häusliche Gewalt und zwar hat die Pamela Valenciano-Jodá aus Spanien uns zur Verfügung gestellt. Sie hatten mit ihrem ersten Partner mit 13 Jahren Gewalterfahrung gehabt, in erster Linie seelische Gewalterfahrung, und hat es dann, nachdem sie sich vom Partner getrennt hat, in Fotografien, Schwarz-Weiß-Fotografien aufgearbeitet. Also, wenn Sie in nächster Zeit am Rathaus vorbeikommen, einfach reinschauen. Bis zum nächsten Mal.